Ah! Oh Gott! Kennst du so einen lila Typen? Der heißt auch Michael. Michael! Michael! Don't leave me here! Ich bin Michael Myers. Oi, 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 oi. Jetzt hier. Er wendet seine übelsten Duke-Taktiken an. Leute, seid in Halloween-Stimmung! Ich auch nicht. Mein Name ist Scheiter und herzlich willkommen zu Halloween. Oh mein Gott, da ist er auch! Oh! Michael Myers! Oh mein Gott! Schlachte ich hier unschuldige Kürbisse? Das geht gar nicht. Warum sollte ich nach... Warum? Mach die wieder zu, Alter! Nee! Vergiss es doch! Bist du sicher, dass das schon was für dich ist, hä? Ich weiß ja nicht. Stört dich das, wenn ich mich direkt vor dich stelle, damit du nichts mehr siehst? Ist doch gut, Mann! Wir kaufen nichts! Geil, Residenz! Ich kenne Frau Microsoft! Ja? Sie müssen schon was sagen, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Ist er das etwa? Oh mein Gott! Was war das nur? Ich habe solche Angst! Send Tommy to sleep! Erfolgreich zum Sleep gesendet. Oh mein Gott! Das ist ein artiger Junge! Ich bin schnell als fuck, Junge! Was? Schließt er offene Fenster? Sag mal, warum habt ihr den überhaupt offen? Das ist Halloween-Nacht. Also, es ist Oktober, wollte ich damit mal gesagt haben, hä? Ausordentlich hoch für die Jahreszeit. 20 bis 23 Grad. Ja, diese Tür ist nicht verschlossen. Ach echt? Juckt mich auch nicht, dass die... Naja, ne? Die Tür ist verschlossen. Ja, die ist verschlossen. Ganz klar. Ah ja! Ein paar Bullets aufgehoben. Warum auch nicht, hä? Alter! Schlaf! Ist der schon da? Ich habe ein bisschen Angst. Weil da offensichtlich die Tür offen ist. Das ist halt nicht so gut. Ach, wirklich? Ich hoffe auch, dass du die Fenster richtig verschließt und sie nicht einfach nur zumachst. Oh. Ah! Das waren sie. Ah! Was? Was passiert? Ich habe den Scare verpasst. Tut mir leid. Mach es nochmal. Ne, mach es nicht nochmal. Im Basement. Wo ist denn der Basement? Sag mal. Nicht dein Ernst. Oh, ii. Oh mein Gott. Das ist eigentlich ein bisschen scary, hä? Allein mit den fucking Kör... Das ist denn hier. Ja, was für Schlüsse ist denn das? Sag mal. Ist der für draußen? Wo auch immer der da liegen sollte, hä? Mh! Der gehört da nicht hin. Och, hast du denn nicht wenigstens eine Taschenlampe oder sowas? Nein, leider nicht. Halloween, liebe Leute, hä? Die Knarre habe ich nicht. Ich habe nur die... Ich habe nur die Bullets. Oh, das war die Tür. Aha. Das ist gut zu wissen, dass ich mich da drin verstecken kann. Der ist doch noch nicht hier, oder? Gott, ist das... Dunkel hier. Ja, ich sehe nichts. Ah! Oh Gott! Ich bin nicht... Das fällt nicht auf, wenn ich hier drin hocke. Ein paar Sekunden später. Er ist super schnell. Töne, deinen Kopf zu halten. Das fällt nicht auf, Mr. Myers. Nein. Kennst du so einen lila Typen? Der heißt auch Michael. Michael! Michael! Geh mich hier! Ich glaube, er ist weg. Ich habe dir zumindest eine Flashlight oder habe ich die einfach? Nee, ich muss die finden, Toll. Kill Michael Myers! Wie willst du das schaffen, Junge? Durch eine Funktion. Dritten Grades. Ich bin Michael Myers. Nein, hier ist niemand. Was ist mit meinem Kind, ne? Ich bin Michael Wendler. Oh Gott. Oh, dieser blöde Blur-Effekt, ne? Der entdeckt doch mein Kind. Der entdeckt doch Tommy. Muss ich den nicht beschützen? Er hat mich gehört. Was ist los? Wo ist er denn? Michael Myers. Oh! Nicht hier. Nicht hier. Ha 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 ha. Ja, wie in Michael Myers höchstpersönlich. Knarzt, knarzt. Der ist doch super lahmarschig, oder nicht, ne? Kann ich nicht einfach an dem vorbeirennen und dann da die Treppe hoch? Wäre möglich. Ich meine, im Film würde es nicht funktionieren. Aber wir sehen ja, wie toll die KI ist, ne? Ich bin nur unsichtbar. Der sieht mich hier oben nicht. Ha? Der checkt nix. Der hat den Jungen am Leben gelassen. Tommy. Oder lebt er noch? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist er auch schon tot. Wir wissen uns nicht. Ist der die Kacknarre, Alter? Hier. Click to shoot. Wie? Was ist denn das für ein Spag... Iiii. Ich höre das doch, wenn der kommt, oder? Tommy, du hast nicht zufällig irgendwelche Patronen bei dir, hä? Hallo. Ich will gleich durch die Tür kommen, dann sofort Steuerung drücken. Nein. Nein, nein. Verpiss dich, Junge. Mein Atem ist gleich aufgebraucht. Uh, da ist er weg. Nein. Ich bin nicht hier. Ja, das hat er eventuell gesehen. So ganz vielleicht. Du, Michael, hast du einen Schlüssel gesehen? Wir können drüber reden, hä? Ja. Ja, ja, großer. Was denn los ist hier, Holger? Der große 2 Meter, Mann, ist das. Du Schnabbeli. Schnabbelu. Nein, gib mir bitte das... Gib mir die... Oh. Oh, wo will er hingehen, hä? Was tut er? Das ist das geil. Es ist super intens, ich weiß, Leute. Läuft so das Spielchen, hä? Ich brauche noch ein paar mehr Patronen, du. Du Unhold. Ist das geil. Findet ihr das Spiel auch so spannend wie ich? Also, ich bin jetzt ja wirklich intens, hä? Ich weiß gar nicht, was ich tun soll gegen ihn. Er ist so gefährlich. Oi, oi, oi. Jetzt hier, er wendet seine übelsten Duke-Taktiken an. Gib mir doch den letzten Scheiß-Schlüssel. Weißt du was? Oh mein Gott. Das reicht nicht aus. Wenn das so ist, dann haben sie Pech. Oh, der ist... Oh! 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 Du! Also... Es tut mir ja wirklich leid, dass du so leiden musst, mein Schätzchen, ne? Ich brauche nur noch ein paar Bullets. Hast du welche? Kann ich auch gerne anleuchten. Oh, ich leuchte dich an! Alter, du hast dir die übelste Saurei veranstaltet, Junge. Das machst du schön wieder sauber, verstanden? Oh Gott, ey, ist das ein Krüppel. Tut mir ja fast schon leid. Ich will dich doch... Ihr Junge! Willst du was, hä? Oh, Headshot! Du bist nicht tot! Ich weiß das. Dich muss man in den Mixer werfen. Oh, in 13 Tagen wurde es gemacht, hä? Oh! Oh, sei froh, dass ich keine Bullets mehr hab, du! Schade eigentlich. Ist ja lustig gewesen. Bitte was? Hallo da! No Sport! Ach, lasst doch gerne ein Abo da und dann... Macht euch ein schönes Halloween, ne? Ciao, ciao! Die geht auch schon einfach weg.